Das große Aufräumen bei der Bank Austria. 70 Filialen werden dichtgemacht, 300 Millionen Euro müssen eingespart werden. Ziehen die anderen Banken nach. Im Studio ist Zeit im Bild Wirtschaftschef Christoph Arger. Terrordrohungen, Schulen in Kalifornien. Alle 640.000 Schüler werden aufgerufen, zu Hause zu bleiben oder nach Hause zu gehen. Babys in Quarantäne in der Kinderklinik in Linz sorgt ein gefährlicher Keim für Entsetzen. Vier Babys sind in Quarantäne, ein Säugling ist vor Tagen gestorben. Dienstagabend Punkt 8, ganz herzlich willkommen bei der ZIP 20.